wir haben letztes mal den wassertempel gemacht und dürfen uns jetzt zurück zum ja nur berries haus begeben wo jetzt irgendwie die ganzen minister und wachleute sind und die werden uns jetzt schon sagen wo wir hin wollen und was wir gerade noch einfällt wir können ja jetzt hier eigentlich mit unserem bomben fischen die sackgasse weg sagt sagt man die sackgasse machen die mal weg die stört dieser blaue punkt auf der karte stört ich habe die sackgasse wirklich nicht so nerven wir wissen ja nicht mehr ob der typ der dadurch will irgendwas bestimmtes braucht man kann auch so machen also jetzt mehr auch durchkommen wahrscheinlich wird das die lösung gewesen aber wahrscheinlich wäre das schon die lösung aber ich würde jetzt einfach mal macht ihr macht die steine gar nicht kaputt richtig krass aber dass er jetzt durchkommen nicht herumstehe wird das problem sich kann doch verflösen aber kein zweck hier noch weiter ruck zu was ist das okay das wäre die lösung gewesen das hätte ich von anfang an quasi machen können der weg ist ja wieder offen und zwar weit genug dass man bequem durchkommt ja hast du das gemacht oder vielen lieben dank das ist echt super hier ist eine belohnung ja dass sie die zwei die 20 rubien die gefehlt haben das echt mein tag rettet danke für die hilfe kriege ich jetzt ein pferd ach jetzt ist es komplett weg ok auch nicht schlecht auch nicht schlecht und hallo schotos wie geht es dir auf zu blueberry wie mir abschottet wie mir abtri jetzt kommt wohl auf text ich hoffe ihr seid alle bereit für auf text ich bin mir meine nase hin ok los geht es geht auch als läge euch etwas auf dem herzen verstehe ihr habt alle rüsse geschossen aber der könig und lebt bei weiter verschollen eure majestät wo seid ihr nur wir sollten jedoch nicht eure erfolge kleinreden es ist euch gelungen die großen risse in den verschiedenen regionen zu schließen jetzt gibt es nur noch einen großen riss den schloss hyrum jeder riss also der euch beide und den könig verschlungen hat eine schande dass seine majestät immer noch hilflos und allein in einem riss steckt und während wir hier rumstehen können unsere doppelgänger sich ungestraft im schloss die können sich rumtoben general dex eure hoheit werter blueberry ministerin sinistra als general des künstlers von hyrule kann ich keine sekunde länger still halten hoch aber was wollt ihr denn sonst tun handeln ich marschiere jetzt ins schloss hyrule und enttale diese hochstapler aber general dex so wartet doch aber waren wir doch im mitten unserer lagebesprechung geduld ist wohl nicht gerade seine stärke eine auch nicht ist in ordnung ich verzeih ihm aber zurück zur sache ihr habt link noch nicht gefunden wir können nur hoffen dass es ihm gut geht als nächstes wollt ihr nun wahrscheinlich auch zum schluss hyrule der falsche könig trachtet euch nach dem leben also seid auf der hut okay das war ja gar nicht so viel text machen wir oder wir machen den könig jetzt so richtig fertig auf geht's könig verprügeln eigentlich müsste ich jetzt diese raunten stimme voll ausnutzen die ganzen männerstimmen mit so einem husten zum raucher husten stimme versucht zu synchronisieren aber mit unserem kate merkt keiner wer wir sind ok nächste text obacht ja was wissen wir tun damit ihr uns glaubt er kennt ihr denn nicht mein gesicht meine stimme mein gestellten körper ich sehe etwa aus wie die fälschung wird doch mal zu general das erkennt zweck unsere doppelgänger haben sich die macht des königs reichs unter den nagel gerissen seine majestät hat uns davor gewarnt dass sich doppelgänger wie ihr herumtreiben und uns zu erhöhter wachsamkeit aufgefordert wenn ihr die echte general wenn ihr der echte general seid dann müsst ihr doch die parole kennen also los wie lautet sie der könig hat eine parole ausgegeben damit wir hochstabler kennen können der falsche könig hat den leuten eingetrichtert dass wir die doppelgänger sind unsere strich und faden ausgeboten die originale werden fälschungen gehalten ja so hört mich doch ein der könig und die anderen sie sind jetzt im schloss die sieben schloss befinden sind doppelgänger general dex dieser ansatz ist zum scheitern verurteilt egal was ihr sagt man wird euch nicht glauben das ist oha nein nicht die bietzies und da waren doggos und nein leute und neun katzen zuerst leute blub oha net escalated blub und fledermäuse und super gespawnt alles auf einmal oh nein hyrule stadt das heißt hyrule stadt echt alles wird vom riss verschluckt was wollen wir tun hör nicht den kopf verlieren ihr seid die soldaten von hyrule oder etwa nicht wie lautet eure mission das volk zu beschützen ganz genau ihr habt es also doch nicht vergessen dann zeigt aus welchem holz ein soldat von hyrule geschnitzt ist geleitet die panisch herumlaufenden bürger in sicherheit ich kümmere mich in der zwischenzeit um alle die es noch nicht raus geschafft haben gemeinsam werden wir das volk beschützen jawohl ja was für eine katastrophe nun könnt ihr den riss schließen eure hoheit ich bitte euch rettet alle die dort hinein geraten sind ich werde auch tun was ich kann und nach kräften bei der evakuierung helfen und einen wunderschönen guten Abend number wir versuchen hyrule zu retten oder treffen wir doch auf giratina am ende wen spawnen wir auf jeden fall amadelomon amadelomon treue begleiter und gefährte und der macht das warte macht das vielleicht müssen wir gar nicht kämpfen ne vielleicht irgendwo unter uns and it's gone ja tatsächlich im bereich unter uns gibt es einen ort an dem wir nämlich einen zugang zum riss öffnen kann wir müssen einen weg finden dorthin zu gelangen durch so ein häuschen äh gut festhalten meine dame haha auch geil haha kann ich hier was weg machen außer den topf und amadelomon ne okay ich dachte jetzt hier ist vielleicht so ein zugang ne er hebt die frau wie so eine hantel ja wer würde sich das nicht wünschen aber den los ablenkungsmanöver auf ins nächste haus sieht auch nicht so aus es wäre ein keller und nein die waren aber die nummer fertig macht das super aber die nummern aber sicher ist sicher guck mal du musst ihn wie eine hantel hochheben über die schulter und auf dieser junge wird zurücklassen ich werde ihnen sicher bringen wir wollen unter stadt sind sind kennst du eine stelle wo man in den untergrund gelang wie ihr wollt unter die stadt also im grunde ist also am grunde des brunnens in der nähe dieses hauses gibt es einen tollen wenn eine wachstube führt glaube ich der brunnen alles klar eure hoheit verehrte trey bitte passt gut auf ich mach mal du musst den jungen noch mit einer hantel und so eine hantel und tragen wir gehen oh nein wasser mein wasser ist mein neuer besser freund du stehst hier einfach da wenn man hier ein wenig zeit sinnvoll nutzen indem man die äußerst wichtige brunneninspektion durchführt und plötzlich tummelt sich da oben über ein monster wirst du dir bloß das mache ich auch oft ist das wichtige sachen im office hier müsste ich einen zugang öffnen können vielleicht zurück selte auch go for it go for it dann ist der vogel wieder ich war ja das so sehr dass man es gehört man kann in die häuser rein das war nicht sogar den haben wir noch gekonnte gekonnt ignoriert hier vor allem das setzt sich ja oh nein geil mit samt haus und die einfach verschlungen ist ja richtig crazy so dann schauen wir mal wo wir hin müssen einfach weiter nach oben würde ich mal sagen gut da ist einfach im wasser ist er auch eingefroren zum wasser vor der ist ruhe halt stoppt unten safe stein was ist hier los und gute leuchtbutter ich hoffe ihr habt alle eure pfangen mit leuchtbutter eingetreten ich wünsche auch manchmal dass er versuchte zauber könnte auch das wäre so gut das auch nur machen all right so dann geht es hier zu glauben oh das finde ich hat jetzt nicht so wirklich gezählt oder ist oh gott ist der rubin der triggert jetzt schon hart jetzt kommen wir wieder hoch außer wir nutzen die macht des wassers wieso avatar mäßig einfach so ganz viel wasser beschweren all right jetzt hier rüber war eine wasserbrücke erschaffen weiß es sieht gut aus aktuell ja ja ich glaube wir sind am schloss dann würde ich sagen rein da leute spannung epische musik leute ich habe ja noch ein schlechteres gefühl als bei den anderen rissen sehr vorsichtig selder jetzt auch registriert es ist noch nicht die typische hero musik ich bin bin ein bisschen irritiert ich hoffe es kommt noch so eine aber wir sollten auf jeden fall bett vorne sorry jetzt habe ich irgendwas übersehen habe ich was übersehen hey listen calm jetzt hätte ich was übersehen klingt der menschen in der luft ja sind alle vom riss verschluckt und jetzt schweben die ja ein bisschen geschockten blicken dem geht's gut wir müssen nur das böse bekämpfen und dann ist alles wieder ein oje oje ins bund man denn jetzt da am besten das ist ein vierer der könnte stark sein ist ein schwein oder ein schatten gerade level 2 und wie stark ist das sieht stark aus auch auf ihrer bei dieser momentan gerade mit bummer an eigentlich ganz geil war so ist fernkämpfer müssen wir uns merken da schwimmen noch mehr leute ich weiß gar nicht richtig lauf ich wollte gerade einfach nur nicht den haupteingang gehen so der klassik das könnte tatsächlich mein zimmer sein und ein da sind sie heute die mit ihr zerwischt schübt auch da kommt da ist unser pferd da ist epona also nicht epona war das wenn du bei bread of the white gab's denn das pferd was man haben konnte und das war so ein weißes pferd und zwar ihr plüsch tisch denn ohne dass der könig lang lebe der könig ne hier war dein vater ist die ganze zeit über selda machte keine sorgen wenn wir den rest schließen wir da unter die lebenden zurückkehren ok wir dann müssen wir ihn doch muss müssen wir lang hoch wo müssen 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 wir hin wo müssen wir hin hilfe bin ich jetzt blind Aber ich muss im Schloss. Kann ich einfach runterhüpfen? Nö. Hä? Muss ich hin? Na, dann gehen wir wieder. Oder kann ich Türen öffnen? Nö. Ah. Gibt's hier eine Falltür? Da. Ah. Oh Gott. Ich seh's. Ich seh's. Bisschen Patex und der ist es zu. Ja. Bisschen Panzertape. Panzertape geht immer, Leute. Das hilft. Alright. Na, also. Wusste ich's doch. Hä? Bo-dum. Stark. Weg vor registriert. Na? Und zack. Oha. Geheimnis zu dem Schloss Hyrule lüften. Welche Leichen sind wohl unten im Schloss vergraben? Oh nein, da sind Sachen. Oh nein, der hat mich jetzt echt gesehen. Oh je, oh je, das ist ja wichtig. Ah. Okay, die dürfen nicht wissen. Wow, wo bin ich jetzt? Ich weiß nicht, ob er der Beste ist, oder ob der nicht irgendwie stärker ist, ne? Na ja. Oh, der ist gut. Merke ich mir. Okay, Wachen nicht berühren. Memo an mich, sonst leiden wir im Kerker. Im Rüstkerker. Okay, da müssen wir wohl... ... oben lang. Oder... Ach ja, er hat sich umgedreht. Okay. Oder man muss beobachten. Oder Wasser! Wuhu! Wasser geht einfach immer, Leute. Außer auf Kisten. Oh, ich kann kein Wasser auf Kisten machen. Gemeinster Sinn. Oh ja, 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 ja. Was? Hilfe? Sieht an mich? I have no clue what I'm doing. Wir machen einfach unseren Wasserweg. Nein, ich wollte gerade auch unseren Wasserweg machen. Stark. Jetzt bin ich am Limit. Oh nein, das waren viele. Nein, da steht wieder einer. Oh Gott. Und was war ich mit dem jetzt? Hä? Was mache ich denn mit dem? Ist da hinten offen? Ich habe Angst, dass ich da jetzt runterhöpfle, dann ist da keiner. Aber ich habe ihn abgelenkt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh nein, ich war so close. Oh nein. Oh Gott, bitte komme ich jetzt nicht wieder von... Oh nein. Oh nein. Oh Gott, meinst du jetzt wieder von vorne anfangen? Und hallo, Garp. Nee, ich glaube, ich bin nicht ganz... Das war ja ein Well-Played-Moment jetzt. Ich habe das hier so schön gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich ihn einsperren oder so. Wenn ich ihm so einen Busch präsentiere. Und jetzt tue ich den... Und jetzt tue ich den... Fast. Fast. Ihr wisst, was ich meine. Und dann tue ich den so hier hin. Und dann ist er so blockiert und weiß nicht, was er machen soll. Oh. Oh. Das war's. Hahaha. Okay. Na. Na. Habe ich das nicht gut gemacht? Hust, hust. Oh. Weird. da ist die oma und ein impa die arme impa diese frau das ist doch die die uns geholfen hat als wir aus dem schloss geflohen sind sie würde es auch vom riss verschluckt wenn wir den riss schließen sollte sie wieder die alte sein okay am impa was ist das denn was ist das tipps nachdem ich mich von der prinzessin verabschiedet hatte wurde ich von den soldaten überwältigt und in die kerk geworfen es war einfach zu viele so gerne ich ihnen auch eine lektion erteilt hätte mittlerweile hat mich mein alter wohl doch eingeholt aus meiner zelle kann ich hören dass die fieberhaft nach der prinzessin suchen und das ist eine gute nachricht denn es bedeutet dass sie noch nicht gefunden dass sie sie noch nicht gefunden haben zähler ist jetzt unsere einzige hoffnung soldaten unterhätten sich darüber dass ein paar der risse verschwunden seien ich nehme an dies war das werk der prinzessin gleichzeitig mache ich mir große sorgen um sie ist sie verletzt wird sie als überstehen es schmerzt mich dass ich hier nicht mehr tun kann als für sie zu beten im schloss ist irgendwas vorgefallen ist der prinzessin ist zugeschlossen oder hat unser feind ein neuer zu gemacht ich muss irgendwann kommen und der prinzessin davon erzählen wurde mein fail jetzt geklippt dass ich kurz vorher gestorben bin aber ich habe es dann beim zweiten versuch geschafft dazu optimistisch es liegt an den handschuhen damit kann ich nicht so gut spielen da kann man nicht rein doch die kann man auch guck mal in die weißen kann man auch rein warten erwarten wenn ich eine theorie dass nicht alles ist und er trifft ihn doppelt und das war einfach Problem. Strong Independent Woman. So, da unten ist noch einer. Wir machen den, ne? Ganz viel Spaß, wenn der guckt. Ganz viel Spaß. Die weißen Krü... Oder wir hatten die Theorie, dass man äh... Fluch, es reicht, dass ich kein Blümchen verwurschtelt. Aber wir haben bum 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 bum. Das ist auch ein catchy Lied, oder? Ich hatte das aber auch erst viel später. Oh nein, oh nein, oh nein. Hilfe. Oh nein, ich die schon wieder. Oha. Geh mal da weg. Kann ich da runter, ohne Schaden zu nehmen? Jetzt. Hey, wo sind wir hier? Sie haben einen voller Untergang. Du kannst, äh, in Videotime kannst du Clips posten. Kaputo. Das sollte keine Einschränkung sein. Da-da-da-da-da. Ein Spiralkürbis. Direkt konsumiert könntest... Okay. Der sah sweet aus. Das wäre auch cool. Oh, da oben ist noch eine Truhe. Boah, das einzige Nähvige sind jetzt die Dinger. Und ich finde so alle Flug, äh, Monster, die brauchen wir immer ewig mit ihrem Angriff. Oh Gott, macht das jetzt schon. Die macht das jetzt schon. Ich will einfach nur mein Loot. Oh Gott, ein Krimmik-Schaum. Rein dran und drücken. Achso, beim Twitch-Check kann man nicht posten. Ja, das stimmt. Im Twitch-Check kann man bei mir nicht posten. Ist ein Sicherheitsmechanismus. Jetzt bin ich da runtergefallen. Mh. Mh. Uah. War das jetzt richtig? Bestimmt, ne? Oh je, oh je. Oh nein, nicht der. Unser Schwein Lee hat alles platt gemacht. Der ist schon echt... Der ist nicht schlecht mit seinem Bumerang. Und in den Dingern ist nichts drin. Okay, da haben wir alles. Wenn ich mich anstrengen, kann ich über den drüber hüpfen. Ich brauche meinen persönlichen Freiraum, Schweinchen. Den wirfst du weg, dann kommt er wieder, ne? Oh je, oh je. Der ist schon wieder... Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein, das muss ich anzünden. Dinge, wo ich anzünden muss, bin ich irgendwie immer nicht so gut drin, habe ich so das Gefühl. Mit Feuer spielen liegt mir nicht so. Hä? Der leuchtet hinter dem Gitter. Weißt du noch, dass es möglich ist, Echos auch weiter weg von dir zu schaffen? Oh nein. Probier es mal aus! Oh Gott! War das nicht... Oh Gott, welche Button war das nochmal? Äh... Ja, das war's. Bin mir auch einfach dumm, ne? Aber hey! Wir haben ihn angezündet, ne? Äh... Dinge weiter weg erschaffen. Aber wie erschaffe ich denn hier jetzt weiter weg Dinge? Hm. Also ich kann jetzt schon... Aha! Ich glaube ich hab's... So? Und dann... Hol ich den mit... Hol ich mir den? Und dann zünde ich das hier drüben an, oder? Ja! Oh! Ich habe ein Kinderrätsel gelöst, ne? Lui und Feuer ist keine gute Kombination. Oh Gott, was ist das? Oh oh! Kann man das scannen? Ist das gut? Oh, sieht das kaputt hat? Oha! Das ist neu! Hm, und das glitzert. Was ist das? Ein Todesbläser. Hmhmhm. Oh. Ha! Kann springen. Der Todesbläser. Aber ich glaube, da macht's ja wirklich... Der ist linker meistens so. Oder auch nicht. Der ist zu weit unten. Du, die runterfällt. Hmhm. Ich weiß gar nicht, kann einer von den anderen... Der könnte es auch machen, ne? Jo. Schwein hier ist echt geil. Der ist echt MVP ein bisschen. Mehr oder weniger. Der Sturzfluggeier könnte das auch noch irgendwie machen jetzt. Hm, hm. Ja, der Sturzfluggeier ist eine gute Idee. Und jetzt müssen wir hier wieder Betten spawnen. Was meint ihr? Die Bettentreppe. Ich glaub so. Ja, Bettentreppe regelt. Oh nein, das ist die kleinen Schleimhies. Das ist aber nicht zu stark, ne? Was brauchen wir hier? Wow. Das sieht irgendwie wichtig aus. Ich weiß gar nicht warum. Ist das wichtig? Das sieht nach so einem Sockel aus. So, als wäre das wirklich wichtig. Ich wollte da viele. Mach mal was. Oh, oh. Hm. Jetzt fällt er gleich runter. Aber er hat den Schleim mitgerissen. Ah ja, da geht's auch weiter. Oh nein. Er ist immer weiter zurückgedrängt worden. Ich glaub, das ist der Hauptweg, würde ich jetzt mal behaupten. Deshalb gehen wir hier lang. Oh. Jetzt brauchen wir wieder diesen Wind-Ding. Aber ich find's cool, dass jetzt so ein bisschen die alten Fähigkeiten wieder, äh, kommen. Ja. Hm. Weil man hat ja schon irgendwie viel gelernt. Macht sonst auch immer so das Gleiche. Von dem ist es ganz geil, jetzt wieder die anderen Fähigkeiten zu sehen. Hm. Die Karte. Das war wichtig. Okay. Das war gut. Aber wir haben jetzt erst die Karte. Okay. Zumindest wissen wir, hier geht's nicht mehr weiter. Hm. War der Raum vorhin auf jeden Fall richtig. So. Oh, schon wieder? Oh. Oh. Oh nein. Nein, jetzt ist er da drüben. Oh. 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 Die Himmel ist ja Next Level. Da ist noch mit Butter. Ah ne Blumen-Nektar. Ich dachte Butter. man sieht in meinen augen dass ich nicht wirklich einen plan von dem was ich mache ok werden wir haben das tor gefunden und die tür gefunden oh gott nicht vergessen ich bin auf social media ich kann mich finden bei tik tok bei instagram und natürlich auch auf youtube auf youtube haben wir auch ganz extra gibt's format und zwar eine pokémon randomizer nasloch challenge und alle streams die wir auf twitch haben landen natürlich auch bei youtube